Willkommen zu einem weiteren Video, zu einer weiteren Folge Pleasure Inc. hier auf meinem Kanal. Bevor wir hier ins Video gleich direkt rein starten, muss ich euch noch was sagen. Ich habe einiges geändert bei meinem Kanal. Ich habe jetzt einen neuen Namen und ein neues Logo. Ich hoffe euch gefällt es. Und ja, das war es dann hier gleich. Und wir spielen wieder mal Fungus. Und wir nennen es wieder mal Quert. Nein, wir nennen es Bärt. Und wir starten direkt in die Runde hinein. Und ja, ich probiere es wieder mal in China. Denn da erhoffe ich mir was. Dass es ein schneller Beginn wird. Jetzt sind schon zwei infiziert. Von dem her dürfte es nicht so schwer gehen, in China was zu machen. Und ganz wichtig, immer das machen. Welches Land? Uh! Und ja, jetzt kann ich hier wieder weitermachen. Es ist eine relativ geile Funktion, die einem dieser Modus bietet. Mit dem Spore Burst. Ich hoffe ich spreche es richtig aus. Nein, der kann einfach irgendein Random Land anstecken. Was sich eigentlich relativ viel bringt, weil ich hier eine einfache Möglichkeit habe, Länder wie Kanada zu infizieren. Ja, jetzt haben wir schon 18.000 Infizierungen. Und wir können hier gleich mal etwas upgraden. Und es ist da da. Und hier. Wenn hier nur noch ein paar Länder sind, werde ich hier erst wieder beginnen, die Abilities abzugraden. Denn dann habe ich größere Chancen, dass ich Kanada endlich hole. Dass ich es endlich nach Kanada schaffe. Ja. Und bisher passiert jetzt einige Sekunden lang nichts. Juhu. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu viel weggenommen, aber wie ihr seht, hier ist jetzt schon ziemlich viel passiert. China ist komplett rot. Sieht mir nicht da noch aus. Ja, China ist komplett infiziert. Und die anderen Staaten, ja, die sind halt, die muss ich noch suchen, muss ich suchen. Aber Russland sind ein paar, what the fuck? Was geht hier vor in Europa? Habt ihr das gesehen? Es war zuerst nichts. Dann habe ich das mit Russland gesagt, auf einmal, boom, boom, boom. Und hier sind auf einmal 13 Millionen, lol. Hier, in Zentralasien, ist es genauso. In Balkan auch. Und wahrscheinlich in Karachstan auch gleich. Hier wird es sicher gleich eine Explosion geben. Das ist echt komisch, was hier gerade vorgeht. Und ich kann auch nichts bei der Verbreitung upgraden. 22% der Weltbevölkerung haben wir schon infiziert. Und wir wurden noch nicht bemerkt. Das ist eigentlich, ich kann es nicht sagen, aber es sieht, glaube ich, gut aus. Nur das Problem ist, wie oft ich das schon gesagt habe. Ja, eineinhalb Milliarden sind schon verseucht. Hier kann ich nichts upgraden. Hier haben wir, ja, einige infizierte Staaten haben wir. Und, ja, wir haben schon einige Staaten, wo alle krank sind, somit. Ja, aber jetzt passiert wieder einige Zeit nichts. Einmal. Und das war's. Ja, jetzt passiert nirgendwo, wer was. Was? Okay. Ich weiß nicht, warum ich jetzt gekickt wurde aus dem Game. Play Lord Game. Unser Game hieß Bert. Ja. Geiler Name, muss ich schon sagen. Ja, sehr vorteilhaft, dass das Game abgestürzt ist. Ich hab das Gefühl, dass das öfter passiert. Aber, ja. Nein, jetzt ist es gelöscht worden. Schade. Ja. Muss ich an, muss ich neu beginnen. Das ist jetzt echt schade. Bert 2, nennen wir es. Das ist so ehrenhaft. Aber, ja. Welcome, bla bla bla. Nee, hier. Direkt am Hafen ist es, denke ich, am schlauesten. Und das sieht so episch aus. Bert 2 beginnt in China. Ja, jetzt heißt es warten. Ja, wie ihr seht, Pleasure Inc. ist nochmal abgestürzt. Und das bedeutet, ich werde, denke ich, nicht mehr so schnell wieder Videos von diesem Game aufnehmen. Ich wäre schon fast soweit gewesen, dass ich mir die Full-Version gekauft hätte. Aber, laut jetzigem Stand, wird es, denke ich mal, nicht soweit kommen. Ich bedanke mich an dieser Stelle herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wobei ich zugeben muss, mir selbst hat es nicht wirklich gefallen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.